Die Reiseflughöhe beträgt 0 Meter über den Meeresspiegel, die Reisegeschwindigkeit und die Reiseflughöhe beträgt 0 Seemeilen pro Stunde. Warum? Weil wir doch gar nicht abgelegt haben. Herr Chauffeur, verfolgen Sie den Reisebus nach Marseille und gehen Sie Gas, damit das Gesindel nicht mit einstehen kann. Yoga-Prinzip Nummer 1, es lautet Raum und Zeit sind Illusion. Hallo liebe Freunde, ich bin's Eure Dolly Basta. Ja, damit hat sich auch schon das Erektionsproblem von dem Herrn aus der Süßenreihe von Silver Lake. Weiß jemand, was Granson französisch heißt? So eine Schande, eine Blamage, kein Stil und kaum Eleganz, drum hinaus mit ihrer Visage. Oh, um Gottes Willen, die Frau ist ungebildet. Sie sind hoffnungsloser Fall, junge Frau. Wir sind alle miteinander verbunden, eure Winde sind auch meine. Zincenze In Lovely Et hm Even Zincenze